Was ist die anspruchsvollen Tätigkeiten? Was Prognosen angeht, muss man immer sehr vorsichtig sein. Ich denke hier an die Prognosen zum Brexit oder zur Wahl in Amerika. Hier hat man sich sehr, sehr stark verschätzt und auch die Prognosen der letzten 50 Jahre bezüglich der Anzahl der Arbeitsplätze waren meist nicht so zielführend gewesen. Das Wichtigste ist jedoch, dass die Mitarbeiter sich weiterqualifizieren. Stichwort lebenslanges Lernen. Man darf eigentlich nie aufhören, sich weiter zu qualifizieren. Und nur wenn man sich weiterqualifiziert, und zwar am besten in den Dingen, die bedarfsgerecht sind, die benötigt werden, dann hat man auch bis ins hohe Alter hinein gute Chancen beschäftigt zu sein. Wir werden Roboter brauchen, wir werden die Hilfe von Robotern brauchen, aber ich denke gerade in der Pflege wird man immer die persönliche Betreuung brauchen. Da haben wir größten Arbeitskräftemangel.